Und wo war Colby bitte? Das war das Beste. Er hatte sich verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Niemals! Kriegmann, bring mich echt ins Grün. Ja, klar. Wo du das nächste Gras hier bekommst. Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier! Ey, du Sack, ich bezahl die Runde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib ihm was. Jetzt ein Bier! Na gut, ich geb dir Geld. Gib mir das Geld. Okay, okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute, will noch einer Geld haben? Pole! Wir haben jetzt hier grad wieder die Bonbons genommen. Ich glaub, keine Ahnung. Wir sind wieder high. Und sind wir jetzt auf dem Trip, dass wir uns an die Zeit zurückerinnern, was passiert ist, bevor wir hier auf die Insel gekommen sind. Jetzt sollen wir erstmal ein Bier holen. Ohlala. Dann rein mit den Kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment, Moment. Moment. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht schlabern, nicht schlabern. Kluck, 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 kluck. Danke, Baby. Yeah. Oh, shit. Auf was, auf was? Hör auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Wo, wo zur Hölle ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Ich glaub, wir sind da mega high. War's das noch schon? Nee, da geht's weiter. Alles klar. Das war ja ein Hammer-Trip. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, was da so gerade so passiert ist. Ich glaub, wir haben uns hier nur ein bisschen zurückerinnert. An die Alten, den Ruf der Zeit. Ich helf mal, Elsi. Ja, mach das. Äh, an die Alten, den Ruf der Zeit, dann können wir noch was davon nehmen. Ich will noch was. Schade, nee. Ja, also mehr, weil da ist jetzt auch nichts passiert. So, dann gehen wir hier erstmal wieder aus der Höhle. Alles klar. Und da sind wir auch schon wieder draußen aus der Höhle. Das ist endlich, oh. Endlich mal wieder frische Luft, der in der Höhle hat sich viel geblieft. Und ein Anruf. Jason, ich hab oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Vaas hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Vaas. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird eine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Also gut. Dann müssen wir also zu Citra. Ich bin nicht da nur reingeraten. Lucidra. Und da lernen wir anscheinend noch ein bisschen mehr. Keine Ahnung, was wir da noch lernen sollen. Hier lag doch was. Mit Geld. Hier lag doch auch was. Soweit ich mich erinnern kann. Wir haben jetzt gerade kein Geld. Äh, zu viel Geld meine ich. Aber von dem Geld kaufen wir uns erst mal was. Wow. Ja, es hat ja gelohnt. Dann habe ich schon wieder viel zu viel Geld. Wir können uns kaufen. Und passen. Dann haben wir das. Wir können nur einen Aufsatz. Also klar. Da haben wir die. Die mit mir. Kaufen wir uns jetzt einfach. Ja komm. Egal. Wir haben jetzt einfach mal gekauft. Und ja. Wieso war da eine Pistole? Keine Ahnung. Ich habe das da nicht drauf gemacht. Nein, er hat das nicht drauf gemacht. Auf jeden Fall. Und dann will ich mir noch einen Schalldämpfer da drauf klatschen. Denn ich hier erstmal was wieder aufsatz. Ja. Reicht aber nicht. Also machen wir das später. Ja, machen wir später. Alles klar. Also gehen wir jetzt erstmal hier zu Ced ran. Ah, ist das ne die oder ne das? Oder ne der? Ne der. Genau. Alter, wir gehen jetzt zu der Ced ran. Äh, aus? Wo müssen wir hin? Da ist... Da unten. Das ist ein gutes Stückchen. Gehen wir mal da hin. Ich weiß noch, weil wir ein bisschen schneller durch die Welt. Wir wollen ja heute noch ankommen. Da wir sind. Was war das? Das kommt von draußen. Hallo? Ist hier jemand? Lieber gar nicht erst nach. Fahr einfach schnell weg hier. Ja, weh. Oh, yo, 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 yo. Ich bin weg. Oh, yo, yo, yo. Oh, da. Das ist natürlich noch zu begegern. Da gibt es keine Sekunde länger bleiben. Schnell weg hier. Oh, 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 oh. Alles klar. Die Straße ist doch da oben abgebunden. Ja, alles klar. Das wird das natürlich erst dann klar, wenn wir das nicht mehr zurückgehen. Und da ist der Wasserball. Und hier ist Wasser. Shit. Die Straßenführung ist natürlich auch sehr blöd. Man weiß halt nicht, wenn man die Karte dann nicht aufgedeckt hat, wo man am besten langfangen kann. Das ist super unpraktisch. Jetzt noch mal einen Marker. So. Dann wieder nur strax hinlaufen. Und auch schwimmen. Und mir ist aufgefallen, ich schwimme doch schneller. Also kommt auf jeden Fall einem schneller vor. Vor allem beim Tauchen. Aber ich hoffe, dass wir endlich mal wieder neue Fähigkeitspunkte kommen zum Freischalten. Also wir haben ja Fähigkeitspunkte, aber die anderen Slots kriegt da ja noch viel mehr. Die haben wir jetzt schon noch, ne? Die andere ist halt noch nicht freigeschaltet. Na, wie wir das machen. Muss ich noch gucken? Nein. Sollte er das? Was tust du da? Ist klar. Ich will es gar nicht wissen. Alter, hier wachsen ganz schön viele von diesen Gelben. Das sollte ich mir merken, wenn wir wieder Gelbe brauchen. Sag ich nur, das würde ich mir vorzunehmen. Ich habe gedacht, das wäre ein Sturmgewehr. Hm. Hm. Das war ja ein Schuss in den Ofen. Mit dem Ding. Soll ich das noch drauf zeigen können. Ah, ist natürlich blöd jetzt gelaufen. Und wir wollen natürlich was herstellen. Die größere Brieftasche. Super, ja. Jetzt können wir bis zu 4000 mitnehmen. Das ist super praktisch. Dann können wir uns nämlich auch die teuren Sachen kaufen. Weil wir dann genug dabei haben. Wenn wir wieder Geld sammeln. Och ne, ne? Oh, das soll ich... Oh, nein. Jungs... Ist jetzt nicht euer Herz. Lalalala. 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 Gern da mal so ein bisschen rein? Da ist nichts. Da ist nichts. Ja, und die Folge wird ein bisschen kürzer. Ich renne jetzt nur eben noch zu Citra. und ja und dann wollte ich noch hören was sie zu sagen das tempelanlage da lädt noch eine ahnung wie sie das spiel so langsam ist irgendwie sind im normalen bereich muss vielleicht so da sind wir auch schon in den citras tempel ganz ruhig schön sichtbar keine bewegung okay wer ist das neben dir ein junger krieger der citra vorgeführt werden soll kommt näher folge mir alles klar meinst du wirklich dass das so sicher ist ich will da nicht rein ich hab angst hier drüben schritt halten ja klar schritt halten kann man sich durch nicht töten sie sind wir sind doch schneller rennen da bin ich auch schon hallo die sehen ist nicht so nett du hast einen außenseiter gebracht dieser hier wird nicht versagen zurück war an die ja wollte ich auch sagen zeig mir deinen arm das ist jason der von dem ich erzählt habe ich habe schon viel mehr tat lehrt man euch in amerika ohne erlaubnis zu sprechen nein das habe ich aus frankreich sehr tapfer dem tod ins gesicht zu lachen gute arbeit du kriegst sie zurück wenn ich sie raus geschnitten habe ich dachte du hast humor nur wenige außenseiter sahen diesen tempel die inneren höfe noch viel weniger warum bist du hier ich brauche die kraft um was zu besiegen und meine freunde zu retten ist das alles meine armee werde ich nicht für dich schicken du bist ein lamm keiner von uns dann werde ich eben ein krieger sehr lustig bitte geh er hat meinen bruder das ist natürlich was anders was und ich werde alles tun um ihn zu retten ja berikanserbar ah ja eulich aus der macht hat kraft bringen mir was verloren ist dann reden wir prost Oh, wow. Wir verbringen unser Leben mit Zurückhaltung. Na, danke. Stell dir vor, wie leicht es wäre, sich einfach alles nehmen zu können. Na, super. Toller Chip, das du trinkst. Echt klasse. Ja, danke sehr. Toll. Ja, ja. Ja, ja. Danke, ja. Danke, ich. Oh, oh, fuck. Nein, 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 nein. Shit. Oh, unter Wasser Puka spielen. Ja, cool. Die gehen in der Karte. Und das Wasser ist weg. Und wer ist das? Was sind wir hier auf dem Trin? Alter. Hier ist alles ein bisschen grün, wir sind halb unter Wasser, aber irgendwie ist das Wasser auch nicht da und wir können nicht rennen. Bin ich. Oh, warte. Was zum Teufel? Oh, ein Fähigkeitspunkt. Ah, wollen wir doch mal kurz rüberklauen. Okay. Okay. Fähigkeitspunkt jetzt nicht. Wieso wächst hier alles nach? Ich glaube, das soll aber so. Alter, ich will rennen. Der wird uns schon nicht abhauen. Doch, er wird uns abhauen, wenn wir nicht mal rennen können. Ich will rennen. Ja, ich habe Kunstdüngerchen gestreut hier, deswegen wechsle ich alles so schnell. Baff, guck mal, wie gut er ist. Kunstdünger aus dem Hause Servos. Jetzt im Angebot kaufen sie sich eine Packung Kunstdünger und ein Haus mit einer leuchtenden Tür. Die Beleuchtung in diesem Haus ist wirklich sehr angebracht, da sie eben schlossen. Und warum kein Strom kostet, wenn sie in ihr Haus gehen. Wir haben eine wunderschöne Inneneinrichtung, ein Unterwasser-Modell mit wunderschönen Fischen und was gedacht. Alles klar. Wir haben hier sogar ganz billig Fernsehen in diesem Haus. Ich finde das sehr schön. Viele Programme. Wenn du für mich arbeiten willst, musst du meine Regeln befolgen. Und das ist auch ein sehr großes Haus, ja. Und dazu im Angebot gibt es jetzt unseren Super-Dünger. Rufen Sie jetzt sofort an. Alles klar, ich könnte das wirklich machen. Ich mache das auch wirklich an, so Hobby-mäßig. Und dann nehmen wir uns das mal. Das sieht echt geil aus. Meins. Da wollte ich nicht drauf drücken. Sorry. Ich glaube, wir hätten das nicht nehmen. Und wir hätten das nicht nehmen sollen. Scheiße. Verdammt, ey. Shit. Wir sind jetzt aber, aber ich glaube, wir sind noch da. Jetzt nur aus unserem Trip zurück. Da. Ja, wir sind wieder zurück. Ich sah meinen Freund. Und dann meinen kleinen Bruder Riley. Na klar. Wenn dich mal heim bin. Dann folgte ich einem Mann mit weißem Anzug. Da war eine Hüttensiedlung. Eine Bar. Dunkel und schäbig. Und, ähm... Und ein alter Dolch? Ja, ein alter Dolch mit verzierter Klinge. Woher weißt du das? Du sprichst im Schlaf. Oh. Es gibt eine Hüttensiedlung. Östlich. Im Piratengebiet. Okay. Dann gehe ich da hin. Oh, aber die Siedlung ist groß. Wie willst du da einen Dolch finden? Einfach. Beginnen wir mit dem Mann in Weiß. Alles klar. Und mit dem Mann in Weiß machen wir erst in der nächsten Folge weiter. Dann holen wir uns unseren langersehnten Dolch, glaube ich. Der hier von dem Stamm... Man kann jetzt, glaube ich, Stamm nennen. Schon... Jetzt fängt es auch einmal zu regnen an. Nein, im Sinne ist es üblich, dass es so schnell mal regnet. Und das Feuer bleibt natürlich an. Äh, ja, also... Ich glaube, die wollten den Deutschen immer haben. Dann sorgen wir den Mann. Ist sehr nett. Und wir wissen natürlich auch jetzt sofort, wo der ist. Die anderen wussten das natürlich nicht, weil wir sind der außer Welt. Und damit verabschiedet ihr mich. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Spiel gefällt. Ja, und... Dann sehen wir weiter. Liked das Video auch noch, wenn es euch gefallen hat. Denn dann kann ich das viel besser einschätzen. Dann sehe ich das auch viel besser, ob es gefallen hat oder nicht. Ja. Lass auch gerne ein Abo da. Denn es kommen ja immer wieder neue Folgen. Immer wieder andere Spiele. Oh, was haben wir denn? Vielen tolles Spiel. Und was es noch für Spiele gibt? Das erfahrt ihr auf meinem Channel. Servus, was ihr macht. Bis dahin. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Also bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.